Jo, hallo Leute! Willkommen zu einem Video hier auf Unabdiskills. Und ja, ich bin hier gerade mit dem Blockboard unterwegs. Von Weintorch, also von der Hände ungefähr, von dem Kirschturm bis... Für alle Leute, die wissen also, wo es ungefähr ist, den Weg lege ich gerade ungefähr zurück. Nicht wundern, dass es gerade so komisch aussieht mit der Kamera. Ich habe keine Innenkamera an meinem Handy! Regt euch nicht auf! Und ja, ich fahre gerade halt mit dem Blockboard und... Ich filme jetzt wieder ein bisschen mehr, sodass ich auch sehe, was ich filme da vorne fährt. Und ja, hier fahre ich mit meinem Longboard chillig die Straße lang! Und wir fahren jetzt in Richtung Aachen halt. Und ja... Ich werde jetzt nicht unbedingt mehr so viele Gameplay-Sachen bringen, weil ich jetzt erstmal mehr draußen bin. Besonders die Sonne knallt hier rein. Da will man doch nicht drinnen hocken, so wie ein Stubenhocker. Ich würde mich jetzt hier auch mal die Leute grüßen, die den ganzen Tag vor dem PC hocken. Also... Läuft bei euch echt hart. Also... Ich chill lieber draußen und fahre Longboard. Mit einem Tail hab ich. Ich kann ja irgendwann mal mein Longboard reviewen, wenn ich wirklich weiß, was der Unterschied zu anderen ist. Also ich kann jetzt schon sagen, meins ist höher als die ganzen Racing Longboards. Die meisten haben die vorne und hinten gleich aussehen. Und ja... Ich würde sagen, das war's dann auch für dieses Video erstmal. Wir sehen uns dann die Tage... Also... Reingehauen... Reingeschaut! ... ... ...